In diesem Video geht es um Computerspiele. Ich erkläre dir, wie sie entstanden sind und sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen. Computerspiele sind digitale Spiele, die auf verschiedenen Plattformen gespielt werden können. Dazu gehören unter anderem Personal Computer, Spielekonsolen, Mobiltelefone und Tablets. Sie bestehen aus komplexen Codes, die von Spieleentwicklern geschrieben werden. Die Spiele können in vielen verschiedenen Genres vorkommen, wie zum Beispiel Abenteuer, Rennspiele, Simulationen und Strategiespiele. Die Geschichte der Computerspiele beginnt in den 1950er Jahren. Das erste bekannte Spiel war Tennis for Two, entwickelt von William Higginbotham im Jahr 1958. Das Spiel Space War, das 1962 von Steve Russell entwickelt wurde, gilt jedoch als das erste Computerspiel, das auf einer breiten Basis bekannt wurde. Mit der Zeit wurden Computerspiele immer komplexer und visuell ansprechender. Heute sind sie ein wichtiger Teil der Unterhaltungsindustrie und des täglichen Lebens vieler Menschen. Die Entwicklung eines Computerspiels ist ein komplexer Prozess. Zunächst wird ein Konzept erstellt, das die Handlung, Charaktere und Spielmechaniken definiert. Anschließend wird das Spiel durch eine Kombination aus Programmierung, Design und Kunst zum Leben erweckt. Große Spiele benötigen Teams von Entwicklern und viele Jahre, um erstellt zu werden. Es gibt jedoch auch kleinere, unabhängige Indie-Spiele, die von einzelnen Entwicklern oder kleinen Teams erstellt werden. Computerspiele können in viele verschiedene Genres eingeteilt werden. Einige der beliebtesten Genres sind Action-Spiele. In diesen Spielen müssen die Spieler schnell reagieren und oft Kämpfe oder andere Herausforderungen meistern. Abenteuerspiele. Diese Spiele legen den Schwerpunkt auf Erzählung und Charakterentwicklung. Sie beinhalten oft Rätsel und andere Probleme, die gelöst werden müssen. Simulationsspiele. In Simulationsspielen können die Spieler reale Situationen oder Aktivitäten nachahmen. Beispiele sind Flugsimulatoren oder Bauernhof-Simulationen. Strategiespiele. Diese Spiele erfordern taktisches Denken und Planung. Die Spieler müssen Ressourcen verwalten und strategische Entscheidungen treffen, um das Spiel zu gewinnen. Computerspiele haben einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Sie sind ein bedeutendes Kulturgut und haben einen großen Einfluss auf andere Medien wie Filme und Musik. Sie sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und bieten Arbeitsplätze in vielen verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus werden sie auch in der Bildung und im Training verwendet, da sie oft komplexe Problemlösungsfähigkeiten und Teamarbeit fördern. Jedoch gibt es auch Bedenken hinsichtlich der negativen Auswirkungen von Computerspielen, insbesondere in Bezug auf Gewalt in Spielen und übermäßiges Spielen. Es ist wichtig, eine Balance zu finden und verantwortungsvoll zu spielen. Computerspiele sind ein faszinierender Aspekt unserer modernen Welt und bieten viele Möglichkeiten für Spaß, Lernen und kreativen Ausdruck. Sie sind viel mehr als nur Unterhaltung. Sie sind ein Fenster in virtuelle Welten, in denen wir spielen, entdecken und kreativ sein können. Sie sind viel mehr als Unterhaltung.